hallo und herzlich willkommen im keller ja noch mal ich befürchte wahrscheinlich kommen die videos recht schnell hintereinander na egal ich wollte noch ein bisschen was erzählen heute mal zu einem tiger und zwar dem rebhuhn vögel sind ja bei mir im regelfall tatsächlich eher selten der gäste das ist schade das liegt einfach daran dass ich mit ornithologie noch nicht so ganz viel zu tun habe habe mich jetzt zu einzelnen vögeln inzwischen ein bisschen einlesen können zu denen auch das eine oder andere gelernt und dazu gehört tatsächlich unter anderem das rebhuhn das rebhuhn ist etwas was wir viele von uns wahrscheinlich noch richtig gut kennen gerade die etwas älteren von uns ich weiß ich habe ein paar davon der sorte die werden sich vielleicht sogar noch erinnern früher beim spazieren gehen gerade durch die feldreiche landschaft nicht durch den wald hat oder natürlich feldflurlandschaft mit hecken mit blühstreifen heutzutage beziehungsweise damals noch ganze blühende felder ganze mähwiesen eine wunderschöne landschaft die heutzutage wirklich ein bisschen zugesucht werden muss nachdem wir mehr und mehr eine intensivierung der landwirtschaft durchgemacht haben insbesondere in den letzten 30 jahren wer sich also noch an die zeit vor den letzten 30 jahren erinnert in den 80ern späten 80ern gerade noch so anfang der 80er gar ende der 70er gab es in deutschland vermutlich weit über eine million rebhühner weit drüber und damals wurde das rebhuhn durchaus auch aktiv bejagt als niederwild behandelt sogenanntes niederwild und es gab durchaus auch rezepte für das rebhuhn gibt es bis heute noch zu finden tatsächlich war bei meiner google recherche zum thema rebhuhn treffer nummer eins nach rebhuhn rebhuhn rezept da hat mir ein bisschen zu denken gegeben aber seit eben den 70er jahren als das noch durchaus ein reguläres nahrungsmittel was auch beim metzger gegebenenfalls müsstest vorher ein bisschen bestellen mit einer gewissen vorlaufzeit aber du hast das problemlos bekommen auch als privatperson nicht dass ich jetzt so alt bin dass ich mich da noch gut erinnern könnte aber habe ich recherchiert dass das überhaupt kein problem gewesen ist und die sollen wohl auch ganz lecker sein so ein bisschen wie wachteln groß ungefähr so aber blöderweise hat jetzt eben vor allen dingen der strukturelle wandel in der landwirtschaft gerade das rebhuhn nahezu kurz vors aussterben gebracht je nachdem in welcher region wir uns in deutschland befinden gilt das ding als hochgradig vom aussterben bedroht bis hin zu tatsächlich sogar schon fast ausgestorben ein schönes beispiel ist die schweiz das rebhuhn ist jetzt nicht gerade ein ausgeprägter gebirgsvogel das heißt wenn sie wenn es das rebhuhn überhaupt in die schweiz schaffen möchte dann ist es eher im unteren bereich also höhenmeter technisch im unteren bereich der schweiz anzutreffen so viel platz gibt es da gar nicht und den platz den sie da haben den haben sie jetzt halt inzwischen auch durch relativ intensive landwirtschaft belegt in vielen fällen nicht überall ich will ja nicht die schweiz schlecht machen aber damit ist einfach die potenzielle rebhuhnfläche so stark zurückgegangen und so schnell auch so stark zurückgegangen der kartoffelacker auch eher seltener geworden der kartoffelacker sind zum beispiel wunderbare schlupf versteckräume für rebhühner die können sich da unter die blätter der kartoffel die relativ große blätter drunter hocken gerade die erwachsenen tiere sich da ein bisschen verstecken ein bisschen das gefiede aufplustern und da dann zum beispiel rumhocken wenn es regnet um nicht allzu nass zu werden dann ist das eine ganz gemütliche angelegenheit dummerweise auch das ist eben weniger geworden und wenn felder dann eben große 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 landschaften mit wenig versteckmöglichkeiten mit wenig höherer vegetation wo sich dann so ein kleines rebhuhn die sind ja nicht groß ne ich zeige euch immer mal wieder bilder hoffentlich zwischendurch wo sich so ein kleines rebhuhn dann verstecken kann das immer mehr verloren gegangen ende vom lied das rebhuhn ist in der schweiz tatsächlich ausgestorben ein versuch der wieder ansiedlung ist gescheitert und das ist wahrscheinlich kein zufall denn aktuelle ganz aktuelle studien zum thema rebhuhn schutz belegen dass der versuch der wieder auswilderung von einfach noch mehr rebhühnern selten gut funktioniert da müssen jetzt zurück nach deutschland rein rechtlich gesehen ist es normalerweise immer schwierig irgendwelche tiere auszuwildern da das rebhuhn aber zum jagdbaren wild gehört das steht im jagdgesetz ist ein vorteil ist aber auch ein nachteil kommen gleich zu kann tatsächlich der jagdpächter zumindest in den meisten fällen derjenige also das jagdrecht innehat oder halt jemand eine eigenjagd hat natürlich dann geht das auch kann beschließen weil er ja verpflichtet ist dieses rebhuhn zu hegen das bedeutet einerseits es zu schießen wenn es zu viele werden das bedeutet aber auch nachzuhelfen wenn es zu wenige werden damit es wieder viel genug werden um welche schießen zu können das heißt der jäger ist in diesem fall für das rebhuhn als naturschützer sozusagen verantwortlich und muss sich darum kümmern dass dieses vom aussterben bedrohte mindestens lokal vom aussterben bedrohte rebhuhn sich eben wieder erholt und dafür kann er nach jagdgesetz der jeweiligen bundesländer im regelfall überhaupt kein problem tatsächlich theoretisch rebhuhn aussetzen und dann das rebhuhn eben supporten ihm kleine häuschen bauen ihm kleine regenschirmchen aufstellen ihm fütterungsstellen anrichten und so weiter und so weiter das wird zum teil auch gemacht also nicht das mit den kleinen häuschen mit den regenschirmen aber das mit den fütterungsstellen schon und ja der effekt ist im regelfall mehr so eine zweischneidige geschichte und eben ein jüngerer wissenschaftlicher artikel dazu ich schreibe euch den autor gerade noch unten drunter habe ich gerade nicht im kopf der meint zum beispiel dass aussetzungen der falsche weg sind warum die rebhühner die unter der struktur im strukturwandel der landwirtschaft tatsächlich noch überlebt haben sind offensichtlich die am besten angepasstesten fittesten klügsten und tollsten rebhühner weil alle anderen nettes sterben geht ja nicht von oben los nicht die besten und stärksten starben zuerst sondern die kleinen kranken schwachen doofen uns mal doofen ja das ist böse das ist natur natur schiert sich im scheiß um ethik ja das darf man nicht vergessen und tatsächlich sterben immer die am wenigsten gut angepassten zuerst weg das ist frei nach darwin und bis heute so da hatte darwin schon vollkommen recht mit dieser theorie und das bedeutet dass wir eben bei den rebhühnern die wir jetzt noch haben außerordentlich zähe rebhühner zu erwarten haben so setzt man da jetzt in der voliere großgezogene halb wilde rebhühner nebendran sozusagen die zwar irgendwie ist nicht mit der flasche großgezogen worden sind aber doch mit stetiger nahrungsversorgung auf kleinem raum ohne nennenswerte gefahren durch fuchs oder waschbär oder dachs oder andere marder oder so ziemlich alles was groß genug ist ein rebhuhn zu fressen das ist vieles leider und ja da kann man sich jetzt schon fragen wie gut werden die sich dann in der freien wildbahn behaupten und tatsächlich gab es da wohl auch schon fälle oder wird zumindest sehr vermutet dass es diese fälle schon gegeben hat dass die rebhühner dann eben aufgrund der zucht mit den der vermehrung mit den wild lebenden super rebhühnern die bisher alles überlebt haben ja deren gen pool kaputt gemacht haben sozusagen dass also nicht die speziell angepassten wild rebhühner die ihr leben lang mit den widrigkeiten des lebens klarkommen und ihre gene dafür weitergeben könnten diejenigen waren die gene weitergegeben haben sondern die nachgezüchteten rebhühner die man frisch in das ökosystem entlassen hat die dann gar nicht so richtig einen plan hatten was man da eigentlich was da eigentlich zu tun ist das kann übrigens auch dazu führen dass wenn auf einmal eine schwemme von unangepassten rebhühnern über die landschaft hervorbricht so ein fuchs zum beispiel der normalerweise fast nur mäuse frisst auf die idee kommt boah das sind so dumme rebhühner die können ja gar nichts dann spezialisiere ich mich jetzt auf rebhuhn so und dann frisst er erstmal eine ganze zeit lang die frisch ausgesetzten lebhühner immer weg wenn frisch wieder neu aus der verriere kommen zack weg sind sie und irgendwann sind die aber alle und dann kommt der fuchs auf die idee ja mist irgendwie schmecken die ja schon ganz gut aber da kommen ja gar keine mehr laufen wir auf dem fließenden band sozusagen angefahren jetzt muss ich ja die anderen tatsächlich jagen gehen und dann könnte es eben sein dass der spezialisierte prädationsdruck auf eben das schwächste glied der nahrungskette sozusagen sich auf die angepassten sich gut versteckenden gewisser weise auch den fuchs mittels aggressiven verhalten stück weit vertreiben können denn stück weit nicht sehr aber ein stück weit rebühner den geht es dann auch an den kragen ja also man tut wahrscheinlich der reputung produktion nix population nichts gutes wenn man rein versucht durch aussetzung einfach den bestand wieder anzukurbeln was hin und wieder im jagdlichen gestehen neben eine rolle spielt weil es ja auch zur aufgabe des jägers dazugehört ein jäger ist auch immer ein schützer zumindest sollte er das sein ja eben sich dann um die tiere die er nicht schießen kann weil es zu wenig geworden sind darum zu kümmern dass es wieder mehr werden und aussetzen war früher eben ein gangbarer weg das zu erreichen leider eben jetzt nicht mehr je mehr wir über genetik lernen das ist dasselbe wie wir auch bei den bäumen feststellen naturverjüngung ist immer angepasster an den standort wo sie lebt als jede pflanzung es kann sein wenn die natürlich vorkommende art so stark genetisch degeneriert ist dass man dann mit einer pflanzung beziehungsweise mit einer aussetzung im fall von tieren doch noch was besseres hinbekommt aber dafür müssen die zustände schon wirklich sehr sehr katastrophal sein das ist beim rebhuhn nicht der fall die rebühne die es heute noch gibt sind ja wirklich ausgezeichnet angepasst an ihre umgebung deswegen gibt es sie ja auch noch so daher was kann man tun dem rebhuhn zu helfen es liegt ja also stirbt oder lebt weiter je nachdem mit der einen frage nämlich den lebensraum anpassen der grund weshalb rebühne selten geworden sind ist schlicht und ergreifend einfach der strukturwandel in der agrarlandschaft und spannenderweise ist das rebhuhn eine hervorragende leitart um eben den biodiversitätsverlust der durch den strukturwandel in der agrarlandschaft entstanden ist sehr schön sichtbar zu machen wo es noch rebühner gibt gibt es auch alles andere weil rebühner brauchen im grunde genau das was jedes andere bedrohte tier das unter dieser strukturwandel geschichte leidet auch braucht nämlich blühstreifen neben dem acker brachflächen hier und da mal hinter dem acker hecken zwischen den unterschiedlichen feldern als transportweg als rückzugsort als versteckmöglichkeit wenn der böse fuchs kommt zum beispiel oder der böse dachs oder böse waschbär vor allen dingen wer ist besonders böse ja sowas in diese richtung und das sind alles sachen die mehr und mehr letzten jahren langsam wieder aufkommen da muss man also ganz klar sagen der trend geht in die richtige richtung inzwischen wieder aber sie waren halt weitgehend vollständig verschwunden und wenn ich mir größere felder hier in der näheren umgebung angucke dann sehe ich seltenst irgendwelche heckenstreifen dazwischen seltenst in blühstreifen wo man wirklich auch das noch lange lange stehen lässt noch seltener stoppelfelder abernten einfach als stoppelfeld noch eine zeit lang erhalten bleiben so und diese beschreibung des ökosystems die so ein repuhn jetzt bräuchte die ist witzigerweise eins zu eins meiner mauer nach fast nahezu identisch dieselbe wie zum beispiel für den ebenfalls vom aussterben bedrohten gleichermaßen sehr sympathischen feldhamster zum beispiel ja auch der könnte da ganz wunderbar von profitieren und repuhn und feldhamster die haben sich vielleicht nicht unbedingt super gern und gehen dann abends noch ein bierchen trinken aber kommen auch wunderbar miteinander aus und könnten beide von der gleichen maßnahme massiv profitieren im grunde müssten wir also die feldhamster und die repuhn lobby nur miteinander vereinen dann haben sie gemeinsam auch gleich doppelt so viel kohle hoffe ich oder sogar noch mehr vielleicht eventuell wenn die lobby auch noch größer wird und diese ganzen agratiere die uns durch den strukturwandel verloren gehen hätten dann größere chancen und übrigens was frisst so ein repuhn zumindest in der jugend insekten was braucht es dafür eben schöne pestizid freie insektizid freie blühstreifen wo die insekten dann wieder im größeren stil vorkommen können so und wenn die insekten wieder im größeren stil vorkommen können dann freut sich nicht nur das repuhn sondern auch sämtliche anderen essentiellen teile des ökosystems die von insekten abhängig sind als bestäuber vor allen dingen als befruchter und bestäuber oder wie auch immer man sie nennen möchte ist das also eine riesen rattenschwanz von nützlichen dingen auch zum beispiel die feldmaus die unglaublich knuffige mikromüs minutus eines der tollsten tiere der welt wie ich finde ist das kleinste meines wissens das kleinste säugetier der welt dass das überhaupt möglich ist auf dieser größe ein säugetier zu sein mit allem was dazu gehört mit entsprechend herz mit leber mit sämtlichen organen die wir mit uns rumschleppen mit einem vollwertigen gehirn wie wir es auch haben bisschen weniger leistungsfähig aber ein vollwertiges gehirn inklusive diverse milchzitzen und dieses ohnehin schon winzige tier kann außerdem noch noch winzigeren nachwuchs zur welt bringen der auch auf dieser unglaublich kleinen größe als säugetier tatsächlich noch irgendwie lebensfähig ist es gibt wenig faszinierenderes wie die mikromüs minutus mikromüs minutus ja so rum tolles tier großartig ja und auch das würde davon eben außerordentlich profitieren könnte sein dass sich ein rebhuhn hin und wieder mal ein junges von denen schnappt aber hey dafür haben sie dann beste lebensbedingungen und der feldhamster hin und wieder mal den grashalm also den getreidehalm einzieht auf dem die feldmaus wohnen möchte aber feldhamster gehen ja hin und holen sich als würden sie eine fahne einholen ziehen sie sich die ähren von zum beispiel weizen einfach runter und haben es dann die dann nehmen sie an die tasche und ab dafür ja also es gibt so viele wahnsinnig coole tiere die da absolut vom aussterben bedroht sind die liste ist noch lang da könnte man noch eine ganze weile nach machen weitermachen bei denen auch bisher wenig chance besteht dass sich die situation mal verbessert weil das hauptproblem einfach im lebensraum verlust besteht und da kannst du noch so sehr hingehen und sagen das tier ist jetzt geschützt und kommt auf die rote liste und darf keiner mehr umbringen das hilft ein stück weit aber wenn das tier einfach verhungert obwohl es keiner umbringt dann ist das einfach nur begrenzt wirksam so damit zurück zum rebhuhn warum ist das rebhuhn so toll weil es einfach ein unglaublich sympathischer vogel ist erstens mal ist das ding relativ rund ein schönes rundliches vögelchen so der archetyp des huns netter sympathischer gesichtsausdruck vom wesen her sehr hunig das ist auch was schönes also wer hühner hat und mag und mal den hühnern lange zeit zugeguckt hat bei dem was sie so tun der findet fühlt sich auch sofort mit dem rebhuhn irgendwie verbunden das rebhuhn heißt übrigens nicht rebhuhn weil es irgendwas mit reben zu tun hat sondern das stammt ursprünglich vom beruf den der hahn macht der hat sich irgendwie als reben durchgesetzt und das hat sich dann im lauf der jahrhunderte eben zum rebhuhn umgewandelt als nahme so weil ich das richtig in verbindung habe also es hat mit reben weinbau überhaupt nichts zu tun hat das ist auch eigentlich nicht die richtige landschaft in der es vorkommen möchte so so ein rebhuhn leben beginnt als ei zusammen mit nur sagen wir mal sogar 19 anderen eiern es kann schon mal sein dass das gelege wirklich 20 eier umfasst das bedeutet für einen vogel ist das rebhuhn eine ehrstratege produziert relativ viele nachkommen in relativ kurzer zeit dafür ist der aufwand fürs durchbringen der jeweiligen nachkommen nicht ganz 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 so hoch beziehungsweise die jugendsterblichkeit ist nun mal groß weil so ein kleines rebhuhn küken kann zwar mehr oder weniger kurz nachdem es getrocknet ist aus dem eil geschlüpft getrocknet und dann kann es auch schon laufen und rennt auch schon mama hinterher ist dann also mobil und kann gefahren ein stück weit aus dem weg gehen aber halt eben auch nur ein stück weit so ziemlich jeder fleischfresser absolut jeder selbst eine wanderratte die sich theoretisch ja auch mal ein stückchen fleisch einverleiht wenn sie es bekommen kann wäre groß genug ein baby ein rebhuhn ein rebhuhn küken kaputt zu bekommen also das ist wirklich keine keine große hexerei die sind vollkommen wehrlos und eben auch nur so ein stück weit mobil dass sie ein kleines bisschen der mama hinterher laufen können die allerdings interessanterweise schon nach wenigen wochen auch schon fliegen ich glaube drei oder vier wochen dann geht das schon das ist also auch eben der tatsache dass sie so schutzlos sind als bodenblüter denn das nest ist einfach nur am boden angebracht wird zur tarnung manchmal von der henne mit material abgedeckt damit man das nest nicht so gut sehen kann wenn die henne mal aufstehen muss weil sie mal muss oder weil sie ein bisschen was fressen möchte sie wird nämlich nicht gefüttert vom partner der partner ist die ganze zeit damit beschäftigt um das nest drum herum zu patrouillieren und alles anzugackern was dem nest zu nahe kommt oder die klassiker bei den hühnervögeln und bei vielen anderen vögeln die bodenblüter sind den kaputten flügel zu machen ja ungefähr so hockt der hahn dann da als wäre er schwer verletzt und hätte sich den flügel gebrochen und hinkt in der gegend rum und jetzt kommt der fuchs und der fuchs ist noch jung und unerfahren und der fuchs denkt sich oh na der sieht aus als könnte ich den einfach verspeisen und läuft hin und in dem moment fliegt der hahn weg weil der vögel halt eben nicht gebrochen ist fliegt wohl ein stückchen weiter landet da macht dann wieder diesen der fuchs immer noch doof immer noch jung und unerfahren füchse sind ja grundsätzlich hoch intelligente tiere keine frage aber fuchs läuft noch mal hinterher der fliegt wieder weg und das spielchen geht dann so lange bis sie weit genug weg sind vom nest dann fliegt der hahn einfach im hohen bogen ist relativ die fliegen selten sehr hoch aber der fliegt dann einfach zurück richtung nest sollte der fuchs dann noch mal in der nähe auftauchen macht er das spielchen noch mal von vorne das wäre zum beispiel eine möglichkeit bodenbrüter zu sein ist immer mit großen risiken verbunden weil du halt einfach dein nest einfach nur am boden rumliegen hast kann jeder reingucken und rausholen was er möchte der es findet und damit muss man sich schon was einfallen lassen und damit ist bei den rebhühnern beispielsweise diese arbeitsteilung zwischen dem verteidigungsstrategien durchführenden hahn und eben der henne die am nest bleibt ja schon mal eine gute methode die henne verteidigt das nest übrigens auch noch selber sollte also irgendein räuber dem nest zu nahe kommen fliegt die henne auf macht einen riesen gezeter der räuber erschreckt sich hoffentlich und haut wieder ab denn wirklich kämpfen gegen den fuchs oder irgendwas fuchsgroßes oder gar gegen gegen ein dachs oder das ist ja noch mal ein deutlich anderes kaliber als ein fuchs nicht wirklich eine chance ja aber sie wird es auf jeden fall versuchen wie alle muttertiere ist da ein beschützerinstinkt für das gelege bzw für die küken durchaus gegeben ja aber daher die schnelle küken entwicklung schnell selbstständig schnell in der lage sich selbst umeinander zu kümmern ja umeinander eher weniger einfach um sich selbst zumindest das ist ein typischer sogenannter r-stratege ja also hohe reproduktionsrate dafür geringe wahrscheinlichkeit beziehungsweise hohe wahrscheinlichkeit dass einzelne teile des geleges beziehungsweise der küken dann leider abhanden kommen werden das ist grundsätzlich auch dahingehend eine hoffnung weil eben weil die reproduktionsrate vom rebhuhn eigentlich so hoch ist könnte man mit einer verbesserung des lebensraums und des nahrungsangebots für das rebhuhn auch sehr schnell mit einer verbesserung der rebhuhn situation rechnen so unsere rebhuhn bügen was machen die denn jetzt den ganzen tag die rennen mama hinterher und kriegen von mama erstens gezeigt was man so essen kann und zweitens sie sind halt sehr schnell schon ziemlich selbstständig ernähren sich größtenteils von insekten damit sind wir wieder bei den lustigen blühstreifen mit den schönen blümchen wo die insekten wieder schön nektar finden wo sich dann eben alles mögliche entlang des feldes eben auch einfinden kann die nur dann existieren können wenn man eben den insektizideinsatz insbesondere herbizid ist relativ egal jedenfalls nicht für die kleinen für die kleinen küken noch egal die erwachsenen vögel die ernähren sich dann überwiegend pflanzlich komme ich aber gleich zu und 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 da wenn da wirklich richtig ordentlich insekten unterwegs sind und da spreche nichts dagegen wenn es dann einfach mehr von diesen blühstreifen gäbe und die auch eine gewisse connection zueinander hätten eine gewisse verbindung miteinander dann wäre kämen da die jungen rebine auch wunderbar zurecht proteinreiche kost im jugend stadium schnell alt und groß werden schnell fliegen können schnell eben möglichen gefahren entkommen können dann klappt es auch mit den nachbarn beziehungsweise gegen die nachbarn sozusagen so im ausgewachsenen stadium was frisst so ein repu zum beispiel sämtliche kräuter die auch wir aus der survival küche kennen spitzwegerich löwenzahn diverse kleesorten zum beispiel ja aber natürlich auch getreide wenn es dran kommen kann die körner davon die blätter davon bisschen auch gräser vor allen dingen triebspitzen von gräsern wo eben noch die adventivknospe drin sitzt das heißt die oberste knospe die für söhnwachstum zuständig ist wo den meisten nährstoffe und so weiter und sofort drin sind kalzium magnesium solche sachen braucht so ein vogel ja auch ordentlich insbesondere das weibchen weil das möchte gerne nächstes jahr nach möglichkeit schon wieder 20 eierschalen produzieren mit inhalt und da muss dann schon ordentlich was umkommen für die ernährungsweise jetzt so als halb ausgewachsenes mindestens ein halb ausgewachsenes repu das sich größtenteils vegetarisch ernährt gilt so drei bis ich glaube zwei bis drei bis vier mal maximal am tag findet eine nahrung such und aktivitätsphase statt während der die sind jetzt zwar nicht unbedingt eine kuh aber die haben einen kopf hühnervögel haben grundsätzlich immer einen kopf und der kopf das ist ein ein stauraum im unteren halsbereich also da wo der halt zum brustkorb übergeht haben die so einen kleinen stauraum wo sie eben nahrung speichern können die epithelzellen des kopfes produzieren dann ein schleimiges sekret das heißt das essen wird das schon mal vorgeschleimt und leicht angedaut und aufgeweicht was dann die verdauung im eigentlichen markendarm trakt dann erheblich leichter macht eine sehr praktische angelegenheit und man kann eben schnell eine große menge nahrung aufnehmen die eigentlich lange braucht und verdaut also vergleichsweise lange braucht um verdaut zu werden diese erst mal abtransportieren sozusagen und kurze fressphasen kurze deckungslose fressphasen in denen der fuchs kommen könnte in denen der vor allen dingen auch ein großer feinste natürlich greifvögel mäusebuss hat mäusebuss hat kriegt problemlos von der größe her so ein reb und futsch ja gar kein thema zum beispiel und 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 da ist es also schon ein thema dass man sich dann schnell auch wieder versteckelt wenn man da in so einer situation unterwegs ist wo gerade die haubvögel eine rolle spielen könnten ja und dann machst du dir also deinen kopf voll verstecken wo unterm kartoffelblatt zum beispiel und verdaust fröhlich vor sich hin was du da gerade in deinem kopf gesammelt hast und ist der kopf wieder leer dann gehst du noch mal los machst den noch mal voll und so weiter und so weiter die sind überwiegend tagaktiv soweit ich das beurteilen kann die guten repühner habe jedenfalls nichts gegenteiliges gefunden wer das besser weiß darf es mir gerne in die kommentare schreiben gut das so das wesentliche leben des repuhens die leben erst mal mit ihren küken im familienverband häufig kommt es aber auch vor dass sich die familienverbände dann zu sogenannten ketten zusammentun ich glaube so heißen die das heißt mehrere familienverbände normalerweise solange noch familienverbands lebenszeit angesagt ist also jeder kümmert sich um seine küken jeder hat sein streifgebiet verteidigt das ein stück weit aggressiv gegenüber anderen repühnern und die geschlechter untereinander sind jeweils relativ aggressiv auf das andere teile des gleichen geschlechts zu sprechen und so weiter die leben übrigens monogam ein ehen monogam das heißt es kommt einmal zur balz partner finden sich und sind dann bis zur nächsten balz monogam zusammen es kommt dann häufig vor dass sich noch mal das gleiche pärchen zusammen tut wenn sie erfolgreich waren mit ihrer jungen aufzucht und festgestellt dass sie gut miteinander können dann kann das auch eine langfristige geschichte werden und wenn nicht macht man partner tausch und versucht es noch mal mit wem anders übrigens was auch sehr blöd ausgedrückt menschlich wirkt beim guten rebhuhn ist dass die das balzverhalten findet umso weniger statt das heißt man gibt sich umso weniger mühe den partner zu beeindrucken je häufiger die schon zusammen küken groß gezogen haben sehr nachvollziehbar irgendwo ein stück weit das gibt es also auch im tierreich dass da der 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 aufwand nicht mehr ja ganz so hoch ist wenn man bedenkt bei frisch noch nicht noch nicht wirklich liiert blumen mitbringen schokolade mitbringen schick essen gehen kino was man halt so tut tolle sprüche ausdenken komplimente machen und so weiter und so fort 40 jahre später auch nur kuscheln ist auch in ordnung so was in diese richtung ja ich hoffe wir wissen was ich meine gut dass also die menschliche komponente beim rebhuhn ja diese familienverbände tun sich dann eben wie gesagt wenn es dann langsam gegen herbst herbstlicher wird tun die sich wieder zusammen zu eben größeren gruppen und im winter kann es sogar vorkommen dass sehr große mit 30 tieren umfassende herden in anführungszeichen von völker heißen die glaube ich in der jägersprache von rebhühnern unterwegs sind um sich eben gegebenenfalls auch besser gegen den jetzt im winter auch hungrigeren fuchs ein stück weit verteidigen zu können beziehungsweise die einzelnen individuen mehr überlebenschance haben sollte der fuchs kommen außerdem braucht nur ein hun aufpassen und 29 hühner sagen wir mal können in ruhe fressen und sich den kopf mal wieder voll machen während einer halt zum wache oder eine zum wache halten abgestellt ist häufig sind diese familien eben die paare die gerade eier gelegt haben plus deren inzwischen erwachsene küken und die sind dann auch bis ins frühjahr geschlechtsreif und dann geht wieder die ich habe gar nicht genau im kopf wann die balz ist ich schreibe es euch unten hin aber dann geht die balz wieder los es werden wieder eier gelegt und balz ist übrigens bei den hähnen durchaus eine relativ ernste angelegenheit die haben ja auch wie viele hühner für vögel diese roten roten teile am kopf nennen wir sie jetzt einfach mal so es gibt ein fachbegriff der mir gerade ums recken nicht einfällt und da soll drauf gehauen werden vom jeweiligen kontrahenten die damen finden diese roten teile aber offensichtlich sehr attraktiv und man versucht sich dann gegenseitig quasi an den dingern zu hacken bei den kämpfen wenn da mal kämpfe stattfinden das ist aber meistens so dass das recht glimpflich ausgeht dabei kaum ein hahn verletzt wird und noch viel seltener mal ein hahn zu tode kommt kommt aber hin und wieder tatsächlich mal vor insbesondere bei hohen populations größen pro fläche übrigens die war früher mal bei etwa 100 über über 100 brutpaare pro 100 hektar inzwischen ist sie auf 0,9 brutpaare pro 100 hektar runter gegangen das einfach nur um noch mal eine zahl zu nennen wie bedrohlich eigentlich die situation des tollen repuls inzwischen geworden ist wenn ich dran denke nicht erinnert mich noch mal dran verlinke ich euch noch mal gerne diverses bildmaterial wo man auch ein paar rebühner in bewegtbild sehen kann da gibt es einen hervorragenden alten film der digitalisiert wurde von jemandem der die früher und das ist der knackpunkt früher vor 40 jahren oder so mal gefilmt hat als sie noch häufig waren da gibt es wirklich sehr sehr spannendes bildmaterial weitgehend unkommentiert dafür könnt ihr ja mein zeugs nebenher laufen lassen zum beispiel aber 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 ja also wirklich sehr spannendes bildmaterial ich war schon einen kurzen moment kurz davor ob ich das mir einfach klaue nachdem das offensichtlich keine sau kratzt dass man da urheberrechtsverletzungen begeht aber nee damit fange ich gar nicht erst an reaction nennt sich das dann ja egal jedenfalls soviel grob erstmal zum leben vom rebuhn feindvermeidung hatte ich ja gesagt wie sie sich beim brüten um die brut kümmern hatte ich auch gesagt was die so essen hatte ich gesagt wie der lebensraum aussieht auch ja ich glaube das ist es im großen und ganzen damit ist immer auch zeitlich recht gut durch ich möchte einfach noch mal die 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 dringlichkeit des schutzes bzw der erweiterung der biodiversität der landwirtschaftlichen nutzfläche in den vordergrund rücken ja ich bin zwar kein landwirt und auch kein agrarwissenschaftler und auch nicht landschaftsökologe oder sonst irgendwer dessen fachgebiet das eher ist aber mit wildtieren habe ich es halt dann doch auch ein bisschen und da gehört halt nun mal auch das rebuhn dazu auch wenn das jetzt nicht speziell im wald lebt genau genommen lebt das so gut wie gar nicht im wald es geht höchstens mal durch wenn es auf die andere seite möchte aber fühlt sich unter dichten bäumen eigentlich eher unwohl der randstreifen der natürliche waldmantel gerade der rand des waldmantels wo noch ein natürlicher waldmantel zu finden ist das habe ich irgendwo anders mal erklärt das ist natürlich ein sensationelles ein sensationeller lebensraum für das rebuhn das klappt dann wieder gut also da könnte man vielleicht in der sicht der forstwirtschaft auch einfach mal mehr waldmantel sich natürlich entwickeln lassen also der rand vom wald einfach zum feld hin verwildern lassen und wenn man auch nur bei jedem bei jedem großen feld zwei drei maximal vier laufende meter am rande freilassen würde und einfach sagt da kann sich ein bisschen entwickeln wie es lustig ist da kann ein blühstreifen entstehen und ein bisschen verwildertes feld und hier und da eine brachfläche einfach wirklich noch brachfläche sein lässt hier und da ja natürlich ist das alles fläche die wir brauchen wir müssen irgendwo nahrungsmittel produzieren das ganze thema ist nicht trivial wo wir keine nahrungsmittel produzieren da hätten wir gerne wald wo wir wald und nahrungsmittel nicht produzieren da braucht der nächste edeka einen größeren parkplatz also es ist wirklich nicht trivial das thema aber irgendwie muss man da doch versuchen einen einen gewissen wandel in der struktur der landwirtschaft hinzubekommen zum beispiel indem man da wo man landwirtschaft betreibt noch effizientere landwirtschaft betreibt und da wo man dann eben nicht so effizient sein muss am rand der fläche geben auch den platz übrig zu haben weil die produktivität im kern der fläche höher ist das wäre zum beispiel ein mögliches szenario mit dem sich sowas ohne größere produktions produktivitätsverluste durchsetzen ließe und ganz ehrlich jetzt werden natürlich viele vegetarier und veganer darauf hinweisen dass man deutlich weniger fläche zur landwirtschaftlichen produktion bräuchte wenn man nicht so viel tierfutter für das steak was wir alle so gerne essen produzieren müsste auch das ist ein stück weit richtig ein stück weit das kann man jetzt nicht hundertprozentig und immer und überall sagen aber das ist ja ein weitführendes thema ja trotzdem und dann wäre doch ganz ganz wichtig und das ist ein stück weit ein elefant im raum und da müssen sich jetzt dringend mal diejenigen die das noch machen an die eigene nase fassen weil das zählt ja zum jagbaren wild das gute reput noch nicht in allen bundesländern ist inzwischen eine ganzjährige schonzeit vereinbart es gibt also zum beispiel bayern noch bundesländer in denen das reput bis vor kurzem zumindest ich weiß nicht ob es ganz aktuell noch änderungen gegeben hat aber bis vor kurzem konnte es in bayern noch bejagt werden zumindest wenn der bestand einigermaßen so war dass man ihn zählen konnte und da offensichtlich ein paar tiere noch übrig waren große katastrophe gesamtdeutsch ist es kurz vorm aussterben es sollte nirgendwo bejagt werden wenn man in bayern eine große dicke fette population bekommen umso besser dann können wir damit den rest vom land auch wieder ein bisschen aufpäppeln möglicherweise breitet sich die population dann sogar aus das ist ein vogel der kann potenziell fliegen das tun sie zwar nicht so häufig größere strecken zurücklegen um woanders hinzugehen kann aber vorkommen insbesondere wenn der druck und der nahrungsmangel am ursprünglichen heimatstandort zu stark werden ja also wer ist das beste was uns passieren kann dass man da wo man theoretisch bejagbare theoretisch ich halte es immer noch für falsch populationen hat halt trotzdem sagt nein das reput ist jetzt rein zum hegetier und nicht zum jagetier geworden und soll nur profitieren und nur geschützt sein und wir stellen ihm hier und da noch ein futtertöpfchen auf und bauen hier und da eine neue hecke in die landschaft das sieht man übrigens auch in diesem alten film den ich euch hoffentlich verlinke wie sie da versuchen auch landschaftsbereichernde bestandteile in die landschaft zu setzen um unter anderem rebühnern zu helfen das ist nicht mehr ganz date of the art was sie da genau tun aber der ansatz ist genau richtig so was in dieser art brauchen wir tatsächlich viel mehr und wirklich ganz ganz eine blöde idee heutzutage noch rebühnen zu schießen und drum auch eingangs hatte ich ja erwähnt der zweite treffer bei meiner google suche war repuen rezept gleich zusammen suche häufiger mal nach re wild bret zubereitung und solche sachen vielleicht hat mich da auch der algorithmus deswegen in richtung rezept geschickt aber es hat mir sehr zu denken gegeben repuen sollte zurzeit wirklich niemand essen beziehungsweise wenn sowieso schon tot ist dann kann man es auch essen klar aber man sollte nach möglichkeit nicht töten um es zu essen erst wieder wenn wir wieder eine million davon haben ja oder zumindest mal 100.000 wäre zumindest auch ja auch schon schön für den anfang eine letzte gute nachricht noch das repuen ist global nicht vom aussterben bedroht die richtung osten gehende teil der population also so richtung südlichere sibirien und solche späße da geht es den vögeln wunderbar da hat dieser strukturwandel in der landwirtschaft zumindest noch nicht in dem ausmaße stattgefunden dass sie keinen lebensraum mehr hätten und was das angeht sind sie insgesamt weltweit nicht gefährdet aber es wäre schade obwohl all diese genannten arten die in diesen blühstreifen und solchen späßen vorkommen wie auch der feldhamster letztendlich relikte unserer kulturlandschaft sind die wir ja seit tausend jahren oder was betreiben aber wenn es den menschen in seiner offen land herstellenden und landwirtschaftliche nutzfläche stellenden art und weise nie gegeben hätte kann man sich zum beispiel auch durchaus fragen aber da kann man ganz lange rum spekulieren ob es das repuen oder den feldhamster oder andere ausdrückliche steppentiere in einer landschaft die eigentlich nur sehr wenig aus steppe bestehen würde dann überhaupt in diesem ausmaße gegeben hätte wie es sie heute vor 30 jahren noch gegeben hat und heute dann auch schon wieder fast nicht mehr gibt aber es kann nur eine win 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 situation sein all diesen bedeutenden agrartieren einfach wieder mehr platz zur verfügung zu stellen und davon profitiert letztendlich auch mindestens die biolandwirtschaft vielleicht auch kleine gärten die man immer mal wieder draußen auf dem felde auch mal anlegen kann mit guten zaun gegen die wildsau und solche späße und die artenvielfalt auch in der landwirtschaftlichen produktion auch da setzt man ja auf zunehmend mehr beziehungsweise möchte das von der forschung her gerne mal häufiger tun mehr unterschiedliche getreidearten die dann unterschiedlich resistent sind gegen unterschiedliche krankheitserreger wer streut rutscht nicht gilt im wald gilt aber auch haben wir ja schon gehört bei meiner exkursion die müsste inzwischen schon durch gewesen sein da habe ich auch noch mal erzählt wer streut rutscht nicht das prinzip für den waldbau der zukunft das funktioniert in der landwirtschaft genauso und es kommt ja auch aus der landwirtschaft der mais gerste hirse reis und weizen anbaut dem können wir sachen wegfallen aber zumindest hat er mit einer sorte noch genügend um sich selbst zumindest einigermaßen zu ernähren möglicherweise sogar noch ein bisschen gewinn zu machen weil andere gar nichts mehr zu mampfen haben also vielfalt ist immer besser als einfalt ist ja eigentlich ganz simpel macht's gut bis morgen und grüßt den rehbuhn von mir wenn ihr eins seht und habt es lieb also nicht hinterher rennen und fangen und so habt es aus der ferne lieb tschüss tschüss